Sind die Märkte im Rücklauf? Es wäre verdient, zumindest mal nach den dollen Anstiegen, die wir gesehen haben. Eigentlich haben wir das letzte gestern, im letzten Video schon angedeutet. Gehen wir mal auf den DAX hier ruhig im 15-Minuten-Chart, gucken wir uns das mal an. Gestern haben wir noch gesagt, Mensch, hier vorne hatten wir erst den Anstieg, dann eine Seitwärtskorrektur. Dann sind wir hier irgendwie gestiegen, irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt bräuchten wir eine scharfe Korrektur. Nur das könnte durchaus das sein, was wir jetzt hier bekommen. Das hier, dann nochmal eine Gegenbewegung und nochmal einmal runter, wäre nicht so abwegig, würde dem bullischen Markt, zumindest mal aktuell, gar keinen Abbruch tun. Und dann wird entschieden, wenn sowas hier passiert, wenn der Markt das erreicht, wenn wir wirklich hier irgendwie so ein Verhaltensmuster haben. Im Moment, ich mache es nochmal weg, im Moment haben wir nur diesen ersten Teil, eine scharfe Abwärtsbewegung. Irgendwann werden wir eine Korrektur bekommen, vielleicht wird die sogar schon bald sein, denn man kann es so halbwegs erahnen. Das sieht schon so aus, als ob wir da vielleicht was Fünffälliges intern haben. Na gut, aber irgendwann wird diese mittlere Korrektur kommen, also die uns hier wieder in die Mitte reinbringt. Und wenn dann nochmal eine Abwärtsbewegung kommt, dieser Art, dann wäre das hier quasi, ich mache es nochmal ein bisschen sauberer hier, dann wäre dieses Ding hier eigentlich die angesprochene scharfe Korrektur. Nochmal im Gegensatz dazu, das wäre dann die vermutete Seitwärtskorrektur. Da ist häufig der Punkt höher als der Startpunkt und bei dem ist es eben ein bisschen niedriger. Einige kennen das Stichwort Pattern Alternation, machen wir ein bisschen Ausbildung mit dazu. Häufig ist es so, wenn vorne die Korrektur seitwärts ist, ist hinten eine scharfe Korrektur und umgekehrt. In dem Fall wäre jetzt hinten also die scharfe Korrektur durchaus angemessen. So, wenn das tatsächlich passiert, dann wird hier jetzt entschieden, ob die Marktteilnehmer wirklich bullisch gelaunt sind und die fünfte Welle auch noch bringen oder ob das doch nur ein Versehen war und der Markt dann nach unten dann noch wegtaucht. Wir hätten dann zwar eine sehr lange C-Welle, möglich wäre das. Allerdings bei dieser Länge, im Verhältnis zu dieser Länge, ist es eher typisch, dass das hier passiert. Das heißt, dass der Markt nochmal einmal nach oben geht und damit auch, wenn wir jetzt gerade in der Abwärtsbewegung sind, noch dieser letzte Arm hier nach oben erstmal kommt. Was sage ich mit letzter Arm? Naja, zumindest mal dieses Verlaufsmuster. Theoretisch zumindest mal stünde danach irgendwann wieder eine Korrektur an, die dann sich nachher nochmal fortsetzt. Da ist aber viel Fantasie, das muss ja nicht genau so aussehen. Das ist jetzt sehr viel Theorie, aber die Theorie hilft uns zu überlegen, mit was können wir oder müssen wir denn rechnen, was wären jetzt typische Verlaufsformen und so in etwa könnte das aussehen. Das wird natürlich ziemlich exakt so, wie ich es jetzt gezeichnet habe, niemals aussehen, aber es ist eine Orientierung, damit man ungefähr weiß, von was reden wir denn jetzt hier? Was wären denn jetzt diese klassischen Verlaufsmuster? Also, wenn das so wäre, dann wären wir immer noch im bullischen Bild, denn dann wären ja immer die Abwärtsseiten entweder A, B, C oder irgendwie von mir aus auch mehrfach wackelnd korrektiv. Und das wären dann alles immer wieder Einstiegssignale, auch im Großen für die bullische, für die longen Seite. Also, ihr seht, so für die nächste Zeit bin ich eigentlich eher auf Abwärts ausgerichtet. Meine Erwartungshaltung wäre, dass wir jetzt bald hier eigentlich irgendwie eine Korrektur mal nach oben bekommen. Aber ihr seht schon, ich erwarte eher jetzt, dass es korrektiv nach oben geht. Gar nicht so sehr, dass es direkt nach oben geht. Es gibt es natürlich auch, klar, dass wir erstmal eine scharfe runter und danach geht es doch wieder nach oben. Aber das ist eben, wie gesagt, Teil einer Seitwärtsbewegung und die hatten wir ja hier vorne offensichtlich schon. Also, zumindest sieht das sehr danach aus, wenn ich hier die Überschneidung und das alles angucke, sodass ich hier jetzt eher nicht davon ausgehen würde. Also, Erwartungshaltung, früher oder später werden wir mal drehen nach oben. Das wird uns eine zusätzliche Information geben. Ist es korrektiv? Klasse, können wir nochmal auf die Short-Seite setzen. Rechnet allerdings vorläufig eher erstmal mit so einer 1 zu 1 Kiste. Das wäre durchaus etwas Typisches. Und dann gerne dann, häufig ist das da, wo quasi diese letzte Aufwärtsbewegung dann anfängt. Also, wo man dann sagen kann, ah, okay, hier, das ist wohl der letzte Teil dieser Aufwärtsbewegung. Da geht er häufig dann nochmal hin. Das wäre beim Index in etwa bei 15.330. Bitte jetzt nicht immer alles Millimeter genau nehmen. Das sind nur Größenordnungen, damit wir irgendwie einen Eindruck haben, von was reden wir denn. Viele gucken auch auf Fibonacci Retracements. Dann allerdings für die vierte Welle ein bisschen verkürzt. 23.6 bzw. 38.20. Und ihr seht, witzig, die 38.20 liegt genau auf dem Niveau. Also, wir sehen, wir haben hier jetzt eine Chance, dass der Kurs dreht. Muss ja jetzt nicht exakt sein. Und dass wir dann da hinlaufen. Also, das Bild wäre eigentlich mustergültig. Nicht immer passiert in der Welt alles mustergültig. Das Schöne ist, wenn man es aber sieht, wenn man es aber erkennen kann, ja, dann kann man es auch nutzen. Also, jetzt habt ihr ein paar Ansatzpunkte. Achtet drauf, ob wir hier irgendeine Korrektur kriegen. Wenn es eine Korrektur ist, überlegt, ob ihr hier irgendwo einsteigen könnt. Vielleicht nochmal für so ein Zwischenshort hier auf der Abwärtsseite. Rechnet damit, dass es aber eher noch nur ein Zwischenshort ist, Teil dieser Korrektur. Und dass wir dann ernsthaft nochmal um die 15.340 von mir aus, 30, irgendwie dann nochmal gucken müssen, ob vielleicht nicht doch dieser Dreh oder ob doch die Welt doofer aussieht, als wir es bisher angenommen haben. Das wird aber hier neu verhandelt. Vorläufig ist das also noch nicht der Fall. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Naja, auch der Dow Jones ist im Moment abwärts unterwegs. Beim Dow Jones haben wir es vielleicht nicht ganz so deutlich, was diese Rücksetzer-Niveaus jetzt angeht. Und allerdings kann man auch hier sagen, naja, da haben wir zumindest irgendwie so ein bisschen Unterstützung. Also ich würde mich hier ebenfalls nicht wundern, wenn wir nach diesem scharfen Abverkauf, den wir ja hatten, jetzt irgendwann mal eine Korrektur bekämen. Wenn es wirklich eine Korrektur ist, müssten wir nochmal mit einer Abwärtsbewegung rechnen. Und dann sind wir ungefähr in dem Fahrwasser vom DAX. Auch wenn das hier insgesamt gar nicht so doll aussieht. Aber wir haben häufig darüber gesprochen, dass der Dow Jones so toll eigentlich gar nicht aussieht für die bullische Seite. Immer nur so ein Mitläufer ist. Also die eigentliche Motivation kommt vom S&P und Nasdaq. Trotz alledem eine Idee, etwas was wir machen, wenn wir sowas sehen. Wenn ich so eine Bewegung sehe, dann bin ich hellauf begeistert. Brauche jetzt aber eine korrektive Gegenbewegung. Gegenbewegung bedeutet also erstmal nach oben. Korrektiv bedeutet dreiwellig oder irgendwie mit vielen Kursüberschneidungen. Welche Größe messt ihr vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt? Im Moment ist das der. Das kann sein, dass er eine Viertelstunde doch noch tiefer geht. Aber im Moment misst ihr von da bis da. Und dann habt ihr im Prinzip hier, da ist die Zone. Und da müsste dieser Rücksetzer idealerweise reinlaufen. Egal ob der jetzt, wie gesagt, dreiwellig ist oder ob der irgendwie anders korrektiv ist. Den machen wir mal weg. Und dann wäre das Beste, was man erwarten kann, wenn der Kurs sein Zwischentief durchstößt, dass sich dieses Teilstück nochmal wiederholt. Und wenn ihr sagt, das ist aber ja nicht immer so, das stimmt, aber dann wird meistens hier gar nicht durchstoßen. Das ist etwas, was man gut nutzen kann. Also wenn er da nicht durchstößt, kann ja auch sein, dass er das macht. Nur, er hat zwar dieses Zwischentief für uns als einen möglichen Short-Einstieg, aber er läuft tapfer weiter. Ja, dann waren wir mit der Idee falsch. Sind wir aber nicht Short gegangen. Wir haben ja nicht das unten gerissen. Ja, das kann ja durchaus passieren, dass ihr sowas seht und sagt, klasse, wenn er jetzt wackelig hochkommt und das durchstößt, hat er nicht gemacht. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Es bieten sich also jetzt bald Chancen darauf, dass der Markt zumindest mal diesen ersten Rücksetzer mal stoppt, dass er in die Gegenbewegung kommt. Eine Vermutung ist, ist nur eine Vermutung, dass es sogar korrektiv ist. Wenn es aber korrektiv ist, und korrektiv kann man leicht unterscheiden, weil ich hatte eben eingezeichnet, wie korrektiv aussieht. Wenn es so ist, ist es nicht korrektiv. Und wenn es sogar so ist, dann ist meine nächste Erwartungshaltung, naja, das ist das Gleiche, nur auf der bullischen Seite, dass es eben weiter geht nach oben. Ja, dann lag ich falsch mit meiner Idee. War ja nicht schlimm, denn das hier musste man ja nicht wirklich verwechseln mit so einer Bewegung. Also ich denke, das ist relativ klar, dass so eine Bewegung nicht korrektiv ist. Ja, das ist, denke ich mal, relativ deutlich hier an der Stelle. Okay, also da sind sich die beiden einig. So in einem Gesamtbild bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren drüber, was das werden soll beim Dow Jones. Aber für dieses kurzfristige Bild, für die Intraday-Nachmittagshändler, glaube ich, gefällt mir das ganz gut. Wie sieht es beim S&P aus? Naja, beim S&P im Wesentlichen, was das kurze Bild angeht, relativ ähnlich. Auch hier kann ich mir jetzt vorstellen, dass das passiert. Und dann dieser Rücksetzer. Also die Intraday-Geschichte müssen wir hier nicht nochmal durchgehen. Messt wieder vom höchsten zum tiefsten Punkt. Dann kriegt ihr wieder eure Fibonacci-Zone in der Mitte. 38, 50, 61, 8. Wer zu faul zum Zeichnen ist oder eben unterwegs, der nimmt einfach die Hälfte. Ja, die Hälfte von oben nach unten und dann weiß er ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Aber irgendwie so da in der Ecke. Wichtig, korrektiv und wichtig, er muss die Unterseite triggern. Ja, also das wären so zwei wichtige Aspekte, die man da im Hinterkopf behalten kann. Das würde auch hier dem bullischen Markt erst noch gar keinen Abbruch tun. Also selbst wenn wir eine größere Korrektur hier kriegen würden, würde man im Zweifelsfall sagen, ja, ja, das ist ein starker Anstieg. Ich vermute aber, dass das noch nicht diese große Korrektur jetzt ist, die uns ihrerseits wieder hier irgendwie in den mittleren Bereich reingeht. Das vermute ich ehrlich gesagt noch nicht. Warum? Ich würde eher wahrscheinlich davon ausgehen, dass das hier die erste Korrektur ist und wir jetzt das Pendant zu dieser Korrektur quasi jetzt hier hinten bekommen. Also irgendwie was ähnliches wie das da, dass der Kurs jetzt das macht und anschließend weiter nach oben geht. Das ist wieder schöner hier als beim Dow Jones, dass man eben sagen würde, das ist die erste, die zweite, dann haben wir irgendwie eine 1, 2, 3, 4, 5, dann haben wir die dritte, die vierte und wir haben hier in etwa, das wäre ungefähr die gleiche Größe wie hier vorne. Ihr seht, ich habe das hier mal so verglichen. Ja, das passt schon. Das spielt so in einer Liga. Das muss jetzt nicht millimetergenau sein, aber ungefähr 4.370 beim Future. Irgendwo hier bei den Zwischentiefs 10. Oktober morgens. Da würde ich mich nicht wundern. Auch hier können wir, machen wir es mal groß, auch hier können wir nochmal mit den Fibonacci Retracements messen für die vierte Welle. Das ist tiefster Punkt, höchster Punkt. Weil es die vierte Welle ist, gehen wir hier nicht von der 38, 50, 61, 8 aus, sondern gehen wir hier von gerne die 38, die wäre sogar noch ein bisschen tiefer als die Marke, die 23, da sind wir noch nicht so richtig dran, aber in der Nähe schon mal. Also es kann sein, dass es ein bisschen größer ist, als ich es hier gezeichnet habe. Ich sage mal so ganz grob 4.370 bis 4.355, irgendwie sowas. Das wäre eigentlich für so die vierte Welle ganz gut und dann die hoffnungsvolle Erwartung, dass es hinten raus sich dann nochmal nach oben entwickelt. Aber bevor das der Fall ist, rechne ich eher damit, dass wir nochmal einmal tiefer müssen. Das wäre gar nicht so untypisch. Also wenn es wackelig hoch geht, habt ihr nochmal ein Zwischenshort im Plan, vielleicht so ähnlich wie das, was wir eben beim DAX und beim Dow uns angeguckt haben. Und das ist dann vermutlich auch beim Nasdaq nicht ganz anders. Naja, nur dass der Nasdaq dieses negative Szenario noch gar nicht so richtig zu spielen versucht. Also ihr seht, wir hatten hier zwar mal so einen Versuch hier mit einem Schub nach unten, den hatten wir hier, aber wir sind stattdessen ja eher Schub hoch, wackelig wieder runter. Also so richtig auf der Abwärtsseite ist der noch gar nicht unterwegs. Ich behaupte mal, früher oder später werden wir aber auch hier eine Korrektur brauchen, so als Pendant zu dieser Bewegung, die wir hier haben. Aktuell erkennt man sie beim Nasdaq, anders als bei den anderen allerdings ehrlich gesagt noch nicht. Denn dieser Versuch hier auf der Abwärtsseite, der sofort gekontert worden, sogar nochmal mit dem neuen Hoch. Also da muss man sagen, das sieht so richtig bärisch noch nicht aus. Ich gehe mal hier in 5 Minuten Chart, dann sehen wir ein bisschen mehr Details. Dann sehen wir, dass hier immer noch Aufwärtsseite stark, Abwärtsseite schwach, Aufwärtsseite stark, Abwärtsseite schwach. Der Nasdaq, also anders tickt wie die anderen, die, ich gehe jetzt nochmal auf den Dow, im Moment Abwärtsseite stark. Aufwärtsseite, wissen wir noch nicht genau. Wenn die schwach ist, spricht das nochmal für die Short-Seite. So, ich hoffe, dass ich euch damit nicht so sehr verwirrt habe, sondern eine Anregung gebe, auf was ihr vielleicht achten solltet, was jetzt hier als nächstes passiert. Viele sagen immer, ja, das ist ja unkonkret, du musst doch jetzt schon sagen. Naja, ich weiß jetzt schon, was ich mache, wenn eine Korrektur kommt. Was ich mache, das habe ich euch jetzt mehrfach eingezeichnet, wenn die Korrektur nicht kommt, weiß ich auch, was ich mache. Nämlich abwarten, bis ich wieder eine starke Seite habe, gefolgt von einer Korrektur in die Gegenseite, in der entsprechenden Größe. Und alles, was dazwischen ist, mache ich lieber nichts. Besser, als sich irgendwo festzulegen und dann zu sagen, ja, das wird bestimmt so passieren, das ist mir persönlich ein zu großes Wagnis. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, egal zu welchen Schlüssen ihr kommt oder was der Markt uns heute Nachmittag noch liefert oder heute Abend, ich drücke euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid und das bestmögliche da rausholt. In diesem Sinne, euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.